Hi Leute und Willkommen zurück zu Silent Hill Downpool. Ja, wir suchen immer noch. So kann ich das Glas nicht kaputt hauen. Aber das andere ging ja auch. Seht ihr? Aber wer hat das Glas wieder repariert? Ich muss irgendwo was finden. Irgendwo die Kabel durchgehen. Ich müsste eine Axt haben. Verdammt! Wie kriegt man da so eine Axt her? Das ist jetzt meine Frage. Und ich musste meine ja wegwerfen. So dumm wie ich war. Und die liegen halt nicht überall verstreut. Leider. Steine schon. Und den Stein kaputt machen. Das wäre ja wohl... Oberdämlich. Wie ich finde. Weil wenn ich das mit einem Stein kann... Kann ich das rein theoretisch auch... Mit dem Hammer. Oder? Hm. Das müsste doch mal eine Spitzhacke sein. Das müsste doch mal eine Spitzhacke sein. Nicht? Information. Ich kriege dich mit dem Stein grad mal gar nichts kaputt. Mit dem Feißen kriege ich mich kaputt. Was? Scheiß Stein. Und da komme ich auch nicht rüber. Weil ich kann ja nicht hüpfen. Ich kann ja nicht hüpfen. Dump nochmal. Scheiß Radio. Und wie kriege ich das Ding kaputt? Und irgendwie muss ich den Dynamit sprengen können. Nur finde ich hier keine Waffe. Weil meine irgendwo... Hier verschwunden ist. Wahrscheinlich unter der Treppe. Kann ich aufheben? Ah, mein Hammer. Kann ich aufheben? Kann ich aufheben? Dann muss ich hier ein... Eine Waffe geben. Kann ich mit dem Ding da... Wenn ist das da... Warum kann ich mit dem nicht? Ich muss da rein. Das seht ihr auch ein. Also ich muss eine Spitzhacke haben oder sowas. Ein Brecheisen dafür. Das seht ihr auch ein. Und ihr seht auch ein, dass ich keins finde. Vielleicht, wenn ich zurückgehe. Vielleicht, wenn ich zurückgehe, finde ich irgendwo ein Brecheisen. Weil sonst wäre es ziemlich kacke. Wie weit soll ich denn zurück? Wie weit kann ich zurück? Aha. Warum lagts jetzt? Kann ich hier wieder so viele Brecheisen mitnehmen, wie ich möchte. Okay, okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Jetzt kann meine Freunde kommen. Ist alles in Ordnung. Äh, so. Ja, hier brauche ich eigentlich kein Licht mehr. Kann ich ein bisschen schneller laufen? Warum auch immer. Ja gut. Wenn er schneller laufen würde. Würde die Flamme ausgehen. Ist ja gut. Ist ja gut. So. So. Boom. Ja, was ist besser? Brecheisen oder Hammer? Aber ich gehe nicht mehr zurück. Nur um den Hammer zu holen. So. Jetzt muss ich wieder dem Kabel folgen. Das mich hier hinten hinbringt. Nein! Komm her. Stirb. 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 Das ist doch noch ein Keuch. Ich sehe dich nicht mehr. Ach. Bist du tot? Okay. Schnell weg hier. Die Musik stresst mich jetzt auch gerade gar nicht. Okay. Weg hier. Einfach nur weg. Ach, nicht noch tief. Ach nein. Oh, nie. Shit. Wo gehe ich raus? Was ist hier wahrscheinlich? Hi. Ich habe dich schon gesehen. Komm ruhig her. Stirb. Stirb. Oh. 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 Ich habe mich in diesen Schacht geboxt. Was soll ich aufheben? Stimmt hier denn nur ein Stein oder so? Da ist der Zug. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich hab keine Ahnung Wie das hier gehen soll Oh, da steht ja auch nichts Okay, ich hab keine Ahnung, da ist ja auch nichts Okay, ich hab keine Ahnung, da ist ja auch nichts Aber ich nicht weiß was Nee, ich wüsste nicht, wie ich das jetzt regeln soll Ich seh hier auch keine Tipps Gehen wir noch mal zurück. Äh, hi. Du hast da einen Zettel. Danke. Majestätische Berge von Daniel English, 34, hoch in die blaue Himmelswege, Smaragd, groß. Warte mal. Was habe ich für Farben? Eine Bronze kommt zuletzt. Okay. Mal lesen. Zuerst blau. Dann grau, grün. Ich probiere mal was. Blau, blau, rot, grün. Okay. Nein. Blau. Hm? Okay, ich kann nur vier. Okay, dann lasse ich rot mal aus. Nicht. Ich müsste blau, blau sein. Dann steiniges grau. Dann kommt Herzen rot. Augen grün. Schatten. Bronze. Warte mal. Ich verstehe es jetzt nicht ganz. Blau steht ja da. Smaragd auch. Bronze auch. Bronze ist das Letzte. Das ist jetzt die Frage. Ich verstehe es nicht ganz. Das muss ich von hinten anfangen. Ich verstehe es jetzt gerade nicht ganz, weil das ist ja blau. Da kommt die Klippe. Da kommt die Marakte und dann kommt... Ich weiß auch nicht was. Die Liebe und dann das Marakte und Klippen und die Augen und keine Ahnung. Weil ich kann ja nur vier, so wie ich das sehe. Und blau. Die kommt eigentlich steinig. Oh, weiß ich eben nicht. Da habe ich dann bald alles ausprobiert. Okay. Dann war es also... Blaue Klippe, die Marakte grünen Augen, der Schatten und die bronzernen Klippen. Ich habe Angst. Warum fährt der Fahrstuhl nach oben? Warum kam ein Platz nicht? Oh kacke, das wäre ja nur böse Enten. Oh, was das denn? Gucken. Ähm. Leute. Leute. Bin ich jetzt in der alternativen Realität? Ich bin in der alternativen Realität. Hab ich jetzt in der alternativen Realität zu tun? F***. Hallo Knorrie. Ich muss jetzt langsam. Oh Gott sei Dank. Ich will hier einfach nur noch weg. Bitte 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 weg 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 raus dunkel nein. Nein! Nein! Nein, 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 nicht in die Hölle fahren! Was? Wow! Was war das gerade eben? Kacke! Ja, zuletzt ihm nicht lange. Und speichert. Leute, weiter beim nächsten Mal. Bis dann!